Nachdem ich mir in der Grindel-Hasper-Fiale meine 5 Euro besorgt habe, genieße ich erstmal den kostenlosen Eintritt in die Tierwelt des Zoologischen Museums. Vom Riesen-Wahlskelett bis hin zum winzigen Insekt ist hier einfach alles dabei. Verrückt. Das macht richtig hungrig, also auch von Schlüters. Vor allem die italienische Pizza Margherita mit extra Knoblauchöl macht mich richtig glücklich und ermöglicht immer auch ein schönes Zusammensetzen mit anderen Leuten.